Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for a Sojourn unterwegs. Und zwar geht es heute wieder um ein kleines Kisten-Opening, heute wieder um eine Mythic Plus-Chest. Ich habe nämlich mit meinem Alijar, wo ich ja noch ein bisschen Gier gebrauchen kann, einen kleinen schicken 10er-Key gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was ich rauskriegen werde. Brauche ich noch ein bisschen Gier, Waffe wäre auf jeden Fall gut und es wären die Handgelenke noch eine relativ gute Geschichte, weil da bin ich noch ein bisschen niedrig bestückt. Gut, die Azerid-Pieces wäre natürlich auch mal gut, aber die Waffe wäre natürlich jetzt top. So eine 380er-Waffe oder hochgerollt wäre super. Jetzt schauen wir mal, was ich rauskriege. Warte, was ist das? Das ist ein Ring. Ich habe einen Finger gekriegt mit Crit, Mastery und Movement Speed 380. Naja, ich sage mal so, da sage ich jetzt auch nicht Nein zu. Ist sogar der gleiche, den ich schon in 370 habe. Also auf jeden Fall ein Upgrade. Ja, ich sage mal so, ist jetzt nicht das krasseste vom krassen, aber bringt mich natürlich wieder ein Item-Level hoch und somit ist der Char wieder ein wenig besser equipped. Mit meinem Horde-Char habe ich die Woche leider keinen Key gemacht. Der ist ja mittlerweile 385, wobei diese Woche habe ich einen Key gemacht. Also sprich, nächste Woche gibt es dann auch wieder bei dem ein kleines Opening. Ja, vielleicht gibt es ja da das ein oder andere Item, was noch hochgerollt sein kann. Aber wenn wir jetzt hier durchgucken, bis auf die Trinket, was ich gerade geswitcht habe, habe ich eigentlich alles über 380, teilweise sogar alles über 385. Und da ist es nicht mehr so interessant mit dem Baseline-Gear. Wenn es natürlich auf 390, 395 hochrollt, dann wird es ein bisschen interessanter. Ja, gut, das war es mit dem kleinen Opening. Ein gutes Upgrade habe ich gekriegt für meinen Alijar. Mich würde es interessieren, ob ihr auch ein Upgrade gekriegt habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.